Die Internationale Energieagentur hat auf ihrem Treffen in Paris zu verstärkten Anstrengungen für eine Energiewende aufgerufen, um die Klimaziele zu erreichen. Die weltweite Kapazität an erneuerbarer Energie müsse dazu bis 2030 verdreifacht werden, das erklärte die Industriestaatenorganisation nach zweitägigen Beratungen. Es seien dringend politische Maßnahmen nötig, um wirtschaftliche Hindernisse und geopolitische Spannungen zu überwinden, die dem Ausbau erneuerbarer Energien entgegenstehen, hieß es im Abschlussdokument. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017